Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK und mit dabei ist Lissi Nummer 2 anscheinend, so wie es aussieht und der Bärtige ist natürlich auch da, es ist der Rainbird. Hallöchen, hallöchen, hallöchen. Ich weiß nicht, wie ich den Affen von meiner Schulter jemals wegkriege. Er ist umgekehrt, der Affe muss dich von seinem Arsch wegkriegen. Ach schön. Lissi, sag doch mal, wie geht der Affe weg? Ah, wie die Schüsse. Entschuldige, ich glaube, du musst dran glauben. Nein! Erschieß mich, aber nicht den Affen. Ja, versuch mal, wie war das denn? Versuch mal, zweimal F zu drücken. Oh! Okay. Weil ich nett bin und lieb bin und Mitleid mit dir habe. Warte, nein, nein, nein. Ich nenne den anders. Anseh, wolltest du, dass er dir auch folgt, sonst bist du ihn versehentlich am Strand. Ich wollte jetzt gerade Zellen schreiben, aber das mache ich auch nicht. So. Folge, Rainbird, genau, das ist gut. Na komm, na komm. Ich habe ein F still. Oh, shit. Kann ich nicht irgendwie den, ach, Folgeabstand? Niedrig. Komm mir ganz nah. Ja, so gut, sehr gut. Was machst du da, Ligi? Ich versuche, Leder zu kriegen. Achso, lass mich dir helfen. Oh, jetzt schwimmt der blöde Dings rüber. Ach, du wolltest ein Paar ratöten? Nein, die hätte ich auch gerne gethamed, aber das geht ja jetzt gerade noch nicht. Ein roter Strahl geht hier runter. Warum geht hier ein roter Strahl runter? Ja, das mag mir nicht gefallen, dass hier ein roter Strahl runter geht. Ist das denn die einfach nur halt für hochläblige ein Loot? Ja, aber es ist auch manchmal ein Indikator dafür, was hier für Viecher rumrennen. Achso. Ich habe hier, glaube ich, noch nie einen roten Strahl gehabt. Was ist denn eigentlich bei diesem großen Ding da in der Mitte, wo wir gerade drauf zugehen? Das sind die Arcs selber. Okay. Da kann man dann auch irgendwann rein. Ich bin ja jetzt gerade mal immer noch am Anfang nach zig Spielstunden Arcs. Das ist echt der Hammer. Okay. Aber man muss dann irgendwelche auch unterschiedlich gelevelte Brutmuttern erledigen. Oh, okay. Da braucht man aber auch wieder seltene Zutaten und all sowas. Achso. Es ist ganz schön kompliziert. Sagen wir es mal so. Ich gebe Brunhilde mal mein Holz und meine Kohle. Ich glaube sogar, dass das, was du ihr liebst, nicht auf dein Gewicht drauf schlägt. Nee, nee. Ach, wenn ich sie trage, meinst du? Ja, wenn du sie trägst. Achso. Also im Grunde genommen ist sie praktisch sowas wie ein riesiger, oder ein riesiger, sie ist ja klein. Du bist voll riesig. Hast du gehört? Hast du gehört? Du bist schon die ganz große Brunhilde. Ja, wer ist ne Feine? Ja, das steht. Wer ist ne Feine? Was machen wir hier eigentlich? Ich dachte, wir würden schon irgendwas, aber wir können ja noch nichts richtig sehen. Dann bräuchten wir eigentlich Narkosefeile und sowas. Ja, ja. Dann gehen wir erst mal, achso, auf dem Rückweg kann man gucken, ob wir Leder kriegen. Dann kann ich mal den Mörser und Stößel bauen. Ja, wir könnten auch mutig da hinten einmal durchlaufen. Dann kommen wir irgendwann wieder hier hinten an. Aber es kann auch sein, dass da uns jemand den Arsch aufreißt. Oh, ja, Lizzie, das ist immer deine Entscheidung. Ich halte mich da mal raus. Nee, ich will nicht sterben. Wir gehen am Strand zurück. Ich will nicht sterben. Nein. Ich bin doch so jung und schön. Ja, das nun nicht, aber sterben muss ja auch nicht sein. Oh Gott, ja. Aber das sind wir beide nicht. Achso. Wir sind beide nicht mehr jung und schön. Damals. Vor 20 Jahren. War ich auch nicht schön. Ich bin schon wieder überladen. Brunhilde, nimm mein Holz. Nein, ich wollte dich nicht aufheben. Das war ich nie. Ach was. La 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 la. Und ich konnte den anderen noch nicht mal sagen, fick dich ins Knie. Weil du nicht sprechen konntest damit. Hallo. Ach, naja. Sprechen konnte ich ja schon. Die Frage ist, wie viel man rausgekriegt hat. Ach, egal. La 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 la. Kannst du es doch gerne aus deiner Kindheit erzählen, Lizzie. Wo ist der Affe? Ach, die Kinder ist es? Brunhilde ist zu schwer. Sie steht jetzt da irgendwo. Ja. Brunhilde. Habe ich dir zu viel Holz aufgebürdet? Oh. Das tut mir leid. Brunhilde. Ich kann dich eigentlich aufheben. Nee, ich bin doch überladen, wenn Brunhilde auf mir sitzt. Echt? Ja. Geht das nicht mehr. Also ich meine, ich hatte das mal gelesen, dass das mal gegangen ist. Ich habe es aber nie ausprobiert, das Format gesehen. Wir brauchen ganz dringend Wasser und Stösel, damit wir Narkomittel machen können. Dafür brauche ich Leder. Ja. Warte mal. Was habe ich denn? Soll ich die Holzkohle mal wegwerfen? Ich habe einen. Ja, kannst du wegschmeißen. Stimmt. Brauchen wir noch gar nicht. Ich kann erst mal weg. Ja, da freue ich dich. Kannst du dich wieder gut bewegen, Brunhilde? Du gehst immer noch so langsam. Ist das normal? Na gut. Hauptsache, du kommst mir nach. Ich würde fast sagen, dann muss der nächste Parasaurier dran glauben, dass wir Leder kriegen. Oder so eine Schäde. Oder das, ja. Aber dann geht, glaube ich, doch, mit Pfeil am Bogen geht das ja jetzt. Wir haben doch auch schon mal eine Schäde mit den Speeren getötet. Ja, aber die gehen so schnell kaputt an den Dingern. Da hinten wäre ein... Und Leder, warum ist nur so lahm? Die Frage ist... Weiß nicht, hat sie den Bauch voll? Keine Ahnung. Dann würde ich fast schon sagen... Das nächste Tier muss leider... Ne, der Dodo nicht. Nein, der Dodo nicht. Der bringt auch nicht genügend Leder. Ne, okay. Oh, eine Dodo-Koloni! Koloni! Kolonastik! Oh Gott! Was ist heute los mit mir? Ich weiß nicht. Schlimm, schlimm. Hast du schon was gegessen heute, Lise? Ja, ich habe tatsächlich schon was gegessen. Aber nicht nicht viel, also flessig es daran. Ja, Kompis! Ich hasse Kompis. Computer? Welches Level? Computer? Nein, komm. Kompis. Kompsognathus-Dingenskirchen. Welches Level hast du denn, blöde Schildkröte? Die will sich nicht angucken lassen. Und die Dodo töten? Die bringen doch nichts. Na, greifen die an? Die sind zu zweit, die Kompis. Na, ihr kleinen Scheißer? Ah, knutscht ihr? Nein, der wartet nur darauf, dass sein Kumpel zurückkommt. Und dann greifen sie mich nämlich an. Was auch? Guck zu. Reichen zwei schon aus? Wie die dich angucken. Ja. Wenn es immer mehr werden, würde ich Angst kriegen. So, ihr gebt, glaube ich, auch Leder. Es sind doch die kleinen Scheiße aus Jurassic Park, die ich nie leiden konnte. Ich kann den nicht abbauen. Ich kann den nicht abbauen. Ich schon. So, die blöde Schildkröte schwimmt da jetzt gerade rum. Was macht die denn da? Ja, wir finden bestimmt noch andere Kröten auf dem Weg, oder? Unter Wasser würde ich jetzt ungern kämpfen. Nee, ja, aber die kommt da dann ja raus. Sie folgt uns dann ja. Oder sind zwei Haie, die eine Schildkröte angreifen? Und Quallen sind da auch. Ich töte jetzt einen Doh. Wir müssen unbedingt die Viecher betäuben können. Dass wir dann uns Raptoren holen können. Und erst mal Parade, äh, ich quatsch, Pteranodons und all sowas. Pteranodons. Pteranodons. Ja, was sagst du denn sonst? Tyrannosaun. Tyrannosaun. Nein, 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 das ist doch ein Tyrannosaun. Ja, es sind alle Tyrannosaun. Ich will einen Tyrannosaurus reiten, Lizzie. Ja, das ist echt cool. Und einen Brontosaurus fliegen. Was ist das? Ist das ein Trodorn oder ein Pegastos-Scheißvieh? Hier ist ein Ei. Das ist ein Trodorn, glaube ich. Das ist ein Ei. Die sind richtig kacke. Ich hasse sie, wie Sau. Weil die betäuben dich nämlich und dann töten sie dich. Ah, ja, ja, die haben mich schon mal getötet. Das sind die, ne? Meinst du nicht zu zweit schaffen wir den? Habe ich Stimmenbeeren dabei? Ja, 18 Stück. Wessen Ei ist das hier? Ein Parasaurus-Ei. Ja, trau dich, die rennen hier in der Gruppe rum. Nee, nee, lieber nicht. Also wollen wir uns den schnappen? Ja. Okay, dann... Der rennt immer so aufgeregt. Toll. Sehr gut. Oh, das ist die Wache. Ja. Ich heiße Trodorn so dermaßen. Die haben mich schon... Oh, ich bin tot. Nee, ich bin betäubt. Nein, bist du nicht. Du bist betäubt. Okay. Warte. Warte, warte, warte. Ich versuch mal was. Äh, Lisi? Ja? Ich hab Angst. Macht nichts. Ja, hör auf, ey. Drück die mir 15 Stimmenbeeren in den Hals, ey. Ja, aber du siehst die Benommenheit. Lässt sehr schnell nach. Wo ist Brunhilde? Jetzt musst du gleich was trinken, glaube ich, weil die machen durstig, die Stimmenbeeren. Brunhilde, komm mit. Ey, ich hab dir das Leben gerettet. Ja, du hast mir einfach... Ich war bewusstlos und drückst mir so 15 Bären rein, ey. Äh, jetzt lieber was anderes drin gehabt. Was willst du? Lege Nahrung in den letzten Itemschlotzen ziehen. Was isst du denn? Oh, kleiner Licht-Tio, schlag mich tot. Licht-Tio. Der lüsterne Sau ist. Mit Bio-Bären, tatsächlich. Ah. Lystro. Ein Lystro. Ein lüsterner Lystro-Saurier. Und der kackt auf. Ordentlicher Haufen. So, ja, jetzt hab ich aber auch noch keinen Leder, weil wir keine Schildkröte angreifen konnten. Verdammt. Also ich hab jetzt... Wie viel Leder hab ich? 59. Ich hab ein Leder im Inventar. Wow. Also ich kann... ...drei... ...Dinger machen. Also Leder hab ich genug. Ich hab auch ein paar Dodos getötet. Drei Dinger? Wovon reden wir denn jetzt? Äh, hier den... Ach, hier, er weiß schon, für die Sexspielchen. Na. Mörser und Stöße. Drei Stück brauchen wir denn. Wir brauchen ja nur einen. Ja, ich sag nur... Oh, jetzt geht's gut. Ich hab so viel Leder, dass ich drei machen könnte. Ja, da haben wir ja genügend. Ja. Da wollen wir ja gar nicht. Ja, sag ich doch. Können wir endlich Narkosemittel machen. Ja, da kann man nach Hause gehen. Narkosemittel? Narkosemittel? Kleines Kosemittel. Geh schon mal vor, ich versuch den Dysprosaurier zu kriegen. Ich sammle dir noch ein paar Meobären. Den kann ich mir zwar nicht auf die Schulter setzen, aber immer... Ich hab einen Affen auf der Schulter und einen im Ohr. Los, krieg wieder Hunger. Hier sind noch ein paar Meobären. Danke. Ja. Warte, bis es wieder hungrig ist. Warte, bis es wieder hungrig ist. Auch schön. Das Dinosaurier. Und wieder gekackt. Mensch. Das finde ich eigentlich damit. Warum sammle ich denn auf? Es gibt wenigstens etwas zurück. Das ist doch eine Beziehung mit Augenhöhe. Ist das nicht auch so, wenn die Kinder noch klein sind? Die Babys. Man füttert sich mit Bären und dann geben was zurück. Oh, das dauert aber lange. Warte, hier sind noch mehr. Ja, danke. Bitte. Was will ich eigentlich damit? Ich weiß es nicht. Was macht man? Wir wollen doch einen kleinen Zoo aufbauen. Ja, das ist bei mir sowieso. Ich neige zu Animal-Hordingen nach. Das ist mein ganz gruschig Problem. Lisi, da müssen wir mal drüber reden. Das geht so nicht. Ja, wie fleißig der Makak. Hier sind noch mehr Meo-Beeren. Ich muss mich auch was bewerben, weil ich zu viel schwer bin. Zu viel schwer? Ja. Ich esse jetzt einfach mal hier Tinto-Beeren. Du musst Brunhilde dann auch Beeren geben wieder, ne? Du hast vergessen. Du hast verhungert ihn nämlich. Wie sieht's aus, Brunhilde? Das ist so mein Traum. Ja, ein bisschen Hunger hat sie. Hier, isst doch mal meine Tinto-Beeren. Isst du die? Ja, du isst die. Bestimmt mäkelig und sagt, nee, die will ich nicht. Ich will die lieber die anderen haben. Ich will die mit Erfüllung. Die teuren. So, wie sieht's aus hier? Das kann ja noch dauern. 62 Prozent. Ja. Komm, jetzt nehme ich den mit. Jetzt töd ich den nicht. Ja, ja. Jetzt muss du mit. Dann ist Michael auch nicht so alleine. Aber das ist doch eine andere Rasse. Der ist auf jeden Fall der Nazi, der Michael. Wieso ist Michael ein Nazi? Also, hier sind noch sieben Bären. Wo kommst du denn da drauf? Warum ist das denn? Weil er Moshops heißt? Oder wieso? Wo stehe ich jetzt nicht? Einfach mal so. Weil das eine andere Rasse ist. Ach so, ach so. Du meinst, er ist so ein Moshops-Nazi oder keine Ahnung? Genau, so ein Moshops-Rassist. Und sagt mir, ein Lystrosaurier kommt mir hier nicht ins Camp. Die scheiß Flüchtlinge, ey. Und einen anderen Ufer auch noch. Ja, schlimm. Wir sind noch mehr. Ja, ich glaube, es müsste aber reichen. 78 Prozent. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Vor allem, dann könnten wir ihr vielleicht noch ein paar Sachen zum Tragen geben. Komm schon, kack. Und dann wird wieder hungrig. Kack und werd hungrig. Mitz, 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 mitz. Oh, ich werd sie Muschi nennen. Warum denn Muschi? Ich musste grad an Minka und Katzennamen denken. Ja, du geile Muschi. Ja, du geile Muschi. Nehmen sie lieber Minka oder so. Okay, dann muss ich mir noch irgendwas zählen, was ich Muschi nenne. Ich nenne mein Tyrannosaurus Muschi. Nein, das kann ich nicht. Ich bin da doch ein bisschen zu feige für. Feige? So, komm, krieg Hunger. Ach, jetzt hat sie gerade gefressen, ohne dass sie Hunger hatte. Das ist auch schön. Wat? 94 Prozent. Na, du Schüsse? Hallo. Komm, einmal noch. Oder? Schatten wir es mal einmal. Müsste doch gehen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Los, Muschi. Ja, komm, ich werd sie sie nennen. Was soll's. Ja. Oh, ich kann dich streicheln. Ja. Was machst du? Ich hab sie gestreichelt, ich hab sie gehüpft. Jetzt kann ich sie nicht mehr streicheln. Pass auf, wie viel kannst du denn tragen? Ah, 97, das ist nicht besonders viel. Aber wir können ihr ein bisschen was geben. So, das reicht erst mal. Okay. Warte, dann geb ich ihr auch noch was. Geb ich ihr noch mein Holz. Ja, dann ist sie aber gleich, dann kann sie dann nicht mehr laufen. Nein, nein, doch kann sie. Gib ihr nicht zu viel. Die kann noch. Die rennt sonst zu lang. Die kann noch. Guck mal, die ist erst mal 63. Die rennt noch zu langsam dann. Nein, die ist erst mal 63. Mal wieder in Third Person gehen, um zu sehen. Die hat ein Level-Up. Warte mal. Deine Muschi hat ein Level-Up. Oh, wie süß. Hat sie nicht. Hä? Das wird Brunhilde sein bei dir. Sie hat noch kein Level-Up. Aber das ist über Muschi. Nein, das ist nicht bei ihr. Doch jetzt. Nee. Ach, wahrscheinlich mal einer von deinen Viechern. Guck hier, Brunhilde hat ein Level-Up, oder? Brunhilde hat aber einen gelben Pfeil. Nee, Brunhilde hat kein Level-Up. Wo kommt das her? Was ist denn der gelbe Pfeil? Das weiß ich nicht. Hast du ein Level-Up? Hm. Ähm, ich hab keine Ahnung. Hä? Ich weiß es nicht, was hier los ist. Vielleicht ist Muschi glücklicher als Brunhilde. Weil sie einen grünen Pfeil hat? Ja. Vielleicht, weil Muschi nicht so viel tragen muss, wie Brunhilde. Das kann sein. Dafür muss Brunhilde nicht mal selber laufen. Ganz ehrlich. Und das kann mir keiner sagen, dass das ein versauter Name ist. Weil ganz ehrlich ist, früher auf dem Bauernhof hießen viele einfach nur Muschi. Die haben keine Namen gekriegt. Ja, genau. Dann ist die Bäuerin raus mit einer Kuhmilch, was natürlich nicht gut ist für die Katze. Guck mal, hat dann Muschi gerufen und dann kam ein ganzer Gast. Oh Gott. Wenn ich rausgehe und Muschi rufe, kriege ich eine Restraining Order. Ja, ja. Das ist ein bisschen unfair. Oh, guck mal, wie sie läuft. Wie sie zählst. Wart schon. Wie sie zählst. Muss aber irgendwas Servermäßiges bedeuten, weil Singleplayer hatte ich sowas noch nicht. Okay. Oder hast du, wann hast du das letzte Mal Singleplayer gespielt? Vor zwei, drei Wochen. Vielleicht gab es einen Patch. Meinst du? Ich weiß es nicht. Da drüben ist schon wieder, ach, jetzt sind es zwei Schubsen, ne? Nee, das sind die Kontosaurier. Ach so, die Kontosaurier. Oh ja, Gott, was soll ich sagen? Ich wollte gerade sagen. Wenn die Päckhals schmeißen, die dich nämlich ins Meer. Oh nein, oh nein, oh nein, das sind ganz viele, ganz viele Kompis. Oh. Die werden uns gleich angreifen. Definitiv. Okay. Ja, da man los, die geben auch Leder. Was machst du? Was ist das? Was war das? Ach hier, der scheiß Vogel. Hey. Oh, mein Speer ist kaputt, scheiße. Ein Ich-Tiornis war das, okay? Kann ich mir noch einen Speer machen? Nee. Da brauche ich Holz und Feuerstein. Hast du zufällig Holz und Feuerstein? Warte, ich gucke mal hin. Aber Holz haben doch die Tiere. Ja, Muschi hat was. Genau, aber Feuerstein? Hast du Feuerstein zufällig dabei? Äh, ja, ich habe zwölf. Ja, ich brauche zwei. Zwei. Warte. Also ohne Speer wollte ich dann auch nicht kämpfen. Ähm. Und zack. Bitteschön. Okay. So. Scheiße, möchte ich dir schon sehen. Die greifen uns garantiert gleich an. Und die sind dann nämlich alle geboostet. Ach so. Warte, soll ich den Affen abwerfen? Vielleicht kämpft ihr damit? Lass ihn mal ruhig auf der Schulter. Das kann aber sein, dass er mit Scheiße schmeißt. Echt? Ich glaube, das haben die denen tatsächlich mitgegeben. Okay. Bist du bereit? Ja. Gut. Dann, äh, Muschi, Brut-Hilde, Rainbow. Muschi in den Kampf. Muschi in den Kampf. Kampf-Muschi. Okay. Das war Kompi Nummer eins. Oh, jetzt kommen die anderen. Oh, Mann. Oh, Muschi. Sehr gut. Ipsin. Sehr gut. So, äh, Süße, geh mal da weg. Dann faue ich dich noch versehentlich. Ich kann den schon wieder nicht abbauen. Warum nicht? Warte mal mit der Spitzhacke vielleicht. Ich kann den hier nicht abbauen. Warte, ich komme hier. Das ist schon kack. Den auch nicht. Och, Lissi. Sind das die Viecher, die du erlegst, dass ich die dann nicht abbauen kann oder sowas? Kann das sein? Ach so. Ja, das kann natürlich sein. Ich habe ein Level ab. Sehr gut. So, die wollen wir aber nicht angreifen. Nein? Nein. Muschi hat auch ein Level ab. Oh, Lächel ab. Muschi hat auch ein Lächel ab. Ja, du hast auch ein Lächel ab. Und die kann sich streicheln. Hallo, Schüsse. Hallo, Schüsse. Hallo, Schüsse. Oh, du bist so süß. Und jetzt bitte keine dummen Witze. Lissi streichelt ihre Muschi. Ich weiß nicht, wie ich meine Folge nenne. Ich hoffe, ich denke dran. Ja, L. Apropos, wir müssen die Folge gleich mal beenden. Ja. Du Muschi streich da. Aber ich habe deine Muschi ja zuerst gestreichelt. Oh, jede Menge Platz für Blödsinn. Großartig. Das ist arg. Ihr Wohnt. Ich meine, vom Gameplay her kennt das ja eh schon jeder in- und auswendig. Oh, noch ein Affe. Und die Plotokost. Äh, Quatsch. Die Plotokost. Acht. Und die Laphosauria. Lass den Affen in Ruhe. Lass den Affen in Ruhe, du Blödmann. Oh, das ist ein Level 20. Jetzt müsste der Affe eigentlich freiwillig zu mir kommen, weil ich ihn gerettet habe. Ich rette ihn. Der ist gerade an mir vorbeigepäst. Ja, da muss ich erst mal wieder beruhigen. Der muss ich erst mal wieder beruhigen, der Kleine. Lissi, wir müssen die Folge beengen. Ja, ist ja gut. Können wir auch machen. Hier im Schatten. Ja, okay. Komm, Muschi, ab in den Schatten. Anders gibt es noch Sonnenbrand. Lissi, das Muschi kriegt sonst Sonnenbrand. Okay. Sie sind gruselig. Also Brunel, das ist aber schuld. Was? Deine Haare werden immer länger. Ich komme mir vor wie auf Ibiza hier. We're going to Ibiza. Na gut, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch. Lissi und Brunel und Muschi und Raybert. Raybert macht das auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüsschen. Tschüss. Tozu.